Und wir gingen neulich die Venus ins Netz. Das erste Mal habe ich sie eingefangen am 3.11. um 17.40 Uhr. Und gemäß dem heliozentrischen Weltbild dürfte sie jetzt auch nicht voll Sonnenlicht reflektieren. Sie müsste jetzt auch eine sogenannte Phase wie der Mond aufweisen, die sogenannten Venusphasen. Davon sieht man allerdings nichts. So hier, augenscheinlich, es bewegt sich nichts, es funkelt. Es ist aber definitiv kein normaler Stern, also wie man Sterne am Himmel so sieht. Bzw. es sind ja keine Sterne, es sind ja irgendwelche Himmelskörper. Weil das, ja ich weiß nicht, mittlerweile schon eine halbe Stunde. Und da war es viel zu hell und es ist auch nicht der Mond, den man manchmal auch tagsüber sieht. Und da war es viel zu tun. Und da war es viel zu tun. Dann habe ich sie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020